wollen weil was hand angeht ihr fast bei folge 200 sind rutschen pruschen aber trotzdem heute fünf stunden fast fünf stunden wieder aufgenommen ich bin jetzt momentan den dritten teil aufnehmen endlich nicht erinnern dass er so was wohl war war ja ich habe ja nur ein minimum davon gespielt ich kenne ja überhaupt nicht so wirklich ich fange halt mit dem ersten teil dann wieder an dem next weil er fasziniert mich immer noch am meisten was kann ich verstehen im dritten teil dann überhaupt hoffentlich origins dann wenn du dann soweit das war mal gucken ich habe ja noch ein paar spiele von assassin's krieg in meiner bibliothek ob da trau ich mich auch mal ein syndicate und unit hier an ich bin ob ich dass ich nach der reihenfolge spielen aber damit wenn ich mir mit zeit lassen erst mal wie gesagt kommt der erste das ist mir der wichtigste teil ja bin da sehr auf das letzte gespart weil selber spiel würde es tatsächlich nicht mehr aber let's play gucken auf jeden fall so das kann ich jetzt auch wieder so noch mal erst eisenhütte holen wenn wir machen ja da sind vögel habe ich mir gerade anders entschieden auf sowas kommt da müssen wir mit feinden rechnen ja da müssen wir überall an der eisenhütte holen wenn man anfangs verwenden präsidenten Auf Wiedersehen. Ah! denn was ist mit dem hof nach ich glaube sind doch zombies ja was machen wir zurück zur eisenhütte oder gehen wir zum fort eisenhütte und 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 Das war's für heute. Was ist der Teufel? Ich glaube ich hab ihn aufgeschreckt. Da ist er wieder. Das verstehe ich nicht. Das ist auch in letzter Zeit ein bisschen buggy. Ohne nicht direkt sterben. Ja. Die sollten lautlos, in Anführungszeichen, lautlos verbrennen direkt. Und warum dann einer manchmal noch überlebt vorne am Zaun, der dann laut ist die ganze Zeit. Das ist Blödsinn. Das war's für heute. Der ist noch nicht angerührt worden. Seltsam. Hm. Das kam jetzt im Norden. Ja, das Speedball würde ich sagen. Ich hab die Schüsse plus minus Speedball würde ich jetzt sagen gehört. Echt? Bei mir kam das direkt von links. Also von Maw oder von Goddard. Hier kam das Nord-Ost. Ich bin 45 und 60. Wow. So. Blödsinn in der Nase durchgeführt. Wunderbar. Ah. Das ist im Wagen, ne? Mhm. Hast du schon geplündert? Nein. Das sind Hunde, ne? Ja. Ja. Also im Norden haben wir auf jeden Fall schießende Leute. Das ist safe Norden. Ja. Das ist jetzt Norden. Ja. Das ist fies nicht hier. Oder? Ja. 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 Ahaha. Ja. 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 trotzdem die drei weise noch ja raus oder machen sagen wir gehen mal wenn er mal gucken gehen oder da leute noch im nord beschäftigt sind haben wir vielleicht ein bisschen zeit und voraus ja müsste die sogar schießen für meine drinnen ist gerade irgendwas ziemlich laut geworden da haben tapfe gerasselt ich weiß nicht ob ich das jetzt reinzugehen würde er sagen hier sind hier ist eine Ich sehe da hinten auch schon wieder ein Immora. Der liegt glaube ich nicht mehr so wirklich auf dem Weg dann. Wie sieht das so schönes Kommando, ne? Ich sehe das so schönes Kommando. So, willst du noch angreifen oder soll mal abhauen? Einfach mal rein Die haben Besuch aus dem Todeswald Lass uns ein bisschen hier drüber gehen Ja Ja, da ist doch gerade einer gestorben Ich vermiede das Fass hier Ja, sollen wir hier rein? Ja, würde ich sagen Ich mache nur gerade noch das Fass hier Ja Hier ist eine Kasse, falls wir das überleben Aha Ich leg tatsächlich mal ein paar Fallen aus hier Ja Ja lol eins liegt hier unten ja keine beute ich habe hier sämtliche ausgänge dicht gemacht hier geht jemand über eine leiter gerade ist jetzt im gebäude ok dazu machen und zwei weniger ich glaube wir sind rausgesprungen da sind die noch da die sind da und die sehen uns halt jetzt nicht zu nah an holz wenn da wann und ist so wissen lassen dass wir hier sind nee das wissen die jetzt hier durch die große tür ja aus bei denen ach das war klar das war klar wieder revolver aus der hüfte ich gern mal arsch ach dass er jetzt oben einer ist direkt über uns ja wenn es die mensch freund noch kurz rund umsicht nichts außer das chinesen team nicht nur sie gut und die kasse und dann ab hier tatsächlich sehr gut gemacht muss ich sagen ja wo ist die scheiß kasse da wo ist der ausgang eigentlich genau südwestlich ja so jetzt aber hier vorsichtig moment noch mal nichts weiter sehr sehr nice ist wieder eine kurze gute runde das ist was du noch drei perfekt ich auch hinter uns ist niemand sehr gut so sehr nice ist das geil ja ja das ist fett kann man schon lange nicht mehr so viel erfolge an einem tag ja das stimmt dass sie es was siebenundzwanzig zich 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 ja